31. Dezember, 17.37 Uhr Und was machst du heute Abend? Nix. Es ist ein Fester, man kann nicht nix machen. Ja, ich weiß nicht. Ich stehe auf ein paar Gästelisten, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Ich glaube, ich bleibe zu Hause, esse Pommes, gucke eine DVD, das wäre perfekt. Über Nacht Eine Produktion von Lauscher Lounge Records, 2011 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017